Am 4. Januar 2015 geht es wieder los in Buenos Aires, Argentinien. Zum 37. Mal geht es zur Rallye Dakar 2015. 9.000 Kilometer durch Argentinien, Bolivien, Chile und wieder zurück nach Buenos Aires. Apropos zurück, das ist auch das Team Peugeot mit seinem neuen 2008 am Steuer und Cockpit. Im Team Peugeot Total keine geringeren als Carlos Sainz, Cypryl de Bré und Stéphane Peter Hansel. Tja, und die testen in diesen Tagen fleißig und abgeschüttet von der Öffentlichkeit Technik und Techniken im neuen Peugeot 2008. Alles für die 37. Rallye Dakar 2015. Untertitelung des ZDF für funk, 2017